hallo bekommst du an der folge of minecraft ohja ich bin zwar ausgelebt und das haben wir letzte folge waren wir in mc cars und haben da eine neue loterie gemacht weil linda unsere autofreundin die uns geholfen hat hier den kann es zu bekommen weil hier die gut hier die karren hier den city c den 26er city zu bekommen leute ja und die haben jetzt eine lotterie bei sich in ihrem laden und damit daran teilgenommen und haben leider minus gemacht denn wir mussten 1000 zeneit an die zahlen weil lotterie es kann ja auch mal was negatives dran rauskommen und so das deutsch ich hoffe ja und ja das war die letzte folge sonst ich hab keine ahnung und zwar glaube ich letzte folge gar nichts mehr aber vorletzte folge war welt da waren wir ein alles kopf wenn ihr die verpasst habt gönnt euch die mafiken folge einfach mal gönnen leute was ich aber diese folge machen wollte ich wollte bisschen magie wieder machen weil haben jetzt länger glaube ich nicht gemacht und ich hab lust auf ein bisschen magie dafür ein promosor lexiker und bin ich hier martha teilt bellows ist das denn nun auf er habe ich noch nein top er wie macht man den hunde von luft ja wir brauchen martha teilt mann wir brauchen martha teilt mann haben wir wir brauchen spring und fahrer ja wenn wir nichts die plus dann ein karpet warum ich hier noch eine kleine feder eine feder lös sich da da ist es hier und dann noch ein teppich ok hier ich muss gerade mal eine wolle suchen wo ich die habe hier so zack ok und dann mana 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 stil carpet du du und du ok muss noch mal so ein ingotin dass wir hier ja da muss dings hin ja wie heißt ich weiß muss doch mana rein weil sie mal abholt hier ist alles leer so warte wenn ich jetzt so und dann kann ich hier drauf den machen okay schon ich dachte ich kann das einfach übernehmen aber geht anscheinend nicht finde ich schade aber ist jetzt so um müssen wir müssen wir mit leben kann ich nicht das war einfach dafür nutzen so ok nein ok wir brauchen die spreader ok dafür brauche ich jetzt erstmal kohle ja kohle 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 habe ich jetzt hier warte ist hier noch eine ah hier ist noch eine rune of air ok ach komm wir können trotzdem mal dingsen weil da haben wir für die zukunft doch mal luftruhne hier ein bisschen kohle das muss eigentlich hoffentlich reichen so das müssen wir ja ok du schießt dahin so wie du musst jetzt richtig rein ballern ich glaube zukunft der wird nicht mehr daran kommen aber leute ist mir egal denn da werde ich jetzt reingeballert alle klein spreader bei anderen so drei spots hier zack und nehmen einfach alles hier zack hier in die zur blume der blume und vor die genutzt werden wenn die in die sparen aber egal jetzt ok hier ich glaube ich ganz gut aus oder ja top ok in der zeit ähm köpfe des kraften dafür brauchen wir ich habe vergessen top wo sind wir stehen geblieben top dass ich weiß ich kategorie das ist das hier ist das ne welche kategorie war das was die hier doch das muss das sein mit dem tier tiero schandt man das recht nie sehen wie da spd ist es für eine für mich aber das war auch hier oder das hat wir gerade hier haben wir nichts hier haben wir es doch erste seite nice und bisschen leder und dann ein paar slabs oder wird das wo man auch immer mit slabs baut habe ich noch nie verstanden hier die top ich weiß nicht mal was das ist was die mission davon ist wo ich eigentlich hin so ist es eigentlich hinstellt hier hat irgendwie im kopf so dass hier noch extra beurte spielen kann ich bin auch die z müde vielleicht wird seine stimme aber egal das ding ist das drüber ein bisschen luft ist glaube ich zur energiegewinnung wichtig aber ja leute fühle ich jetzt gar nicht wer es braucht ich brauche es auf jeden fall nicht leute meins ist es in jedem falle nicht okay wir müssen aber mal hier runter wieder denn ich möchte noch mal die lotterie machen leute denn ich möchte coolen staff gewinnen ja zack hier 1 2 3 4 5 passt ich auch so viel mitnehmen das brauche ich nicht mal aber juckt mich jetzt nicht zack ich möchte jetzt wieder hier rüber zu einem kurs zeigt hier mit kleines korgen würde die rück lobo nah ist leute die rung läuft let's go ab geht sollte reiner zu mc cars hey nice linda ist auch schon da ackert wieder leute wir müssen auch wenn wir kann ich zünder wollen müssen talken hey was geht man muss sagen die lotterie lotterie ist ganz aber aber ich muss geld zahlen ich kann nicht schreiben zahlen das ist kacke hat die lotterie so gut gefallen dass du noch mal kommst naja ich muss der halt halt zahlen sonst bin ich immer dabei bisschen cash ausgeben bisschen glücks spiel da bin ich dabei leute fühle ich jetzt auch ein bisschen cash mit also ja ist auch eine variante ja leider ist leider so dass eine variante ist zu verlieren aber müssen wir halt müssen mit leben leute so dann viel spaß und viel glück danke leute dann hier das ist das ist reiner und zack nein du gewiss na nein das darf nicht ich habe ich habe ich habe ein auto gewonnen und was gewonnen ja ein auto linda ich habe ein auto ich habe ein auto leute das wird der krasseste lamborghini aventador alpha beta gamma tesla urus rausgehauen das ist kein auto aber egal auto ja hier kannst du z auch noch mal haben wenn du willst hier zack dann okay und so darf ich mir jetzt einfach einen aussuchen weil das wäre nice weil ich mir jetzt einfach ein auto aussuchen dürfte so so dass sie jetzt ist mit der aussuchen weil ich so haben wird nice danke okay wir könnten jetzt hier ist leer habe ich auch schon gekauft würden halt noch den bkm bkm es kaufen aber holen ich jetzt nicht so krass weil hier sind die günstigen sind und so also von unten die oder von oben nice auch von oben ja unten sind halt die werken so alltags wagen oben sind jetzt die krassen der gtc jetzt 1990 wo der älter ist könnte der auch mehr leistung haben da sagt wenn du was hast bescheid ja ähm ähm hier hinten ausverkauft sehr vieles ausverkauft läuft immer wird nicht hier noch den zts sedan die war mit ihren cities der sieht auch ganz fresh aus dann haben wir hier noch den oxford copa race edition 500.000 Leute ich sehe mich in dem drin ich sehe mich in dem sportwagen da sehe ich mich gerade komplett drin leute ich glaube nehmen den nehmen wir also und was ist es geworden der oxford ich komme gerade nicht runter der oxford den nehme ich weil der oxford hat am meisten person ist am coolsten ah der oxford ja ja ein cooles auto oder oh ich kann nicht schreiben oder die man merkt schon an der an der ähm die finde ich die cool äh du weißt schon ist es für uns ein großes business problem wenn äh wenn der äh weh ist äh ja geil spaaass äh du bekommst ihn trotzdem ja ähm äh bekommen meinst du gewonnen oder keine ahnung auf jeden fall wir kriegen den auch wenn es jetzt ein bisschen äh dings wird für sie egal sie hat jetzt genug cash von mir erstmal bekommen oh schön der oxford ui ui was war das jetzt äh so da ist das ding nice ähm bitteschön kriege ich jetzt hin oh danke äh danke schlüssel für den oxford copa race edish oi race edish leute nun ist dein gefährd nice danke warte ich freue mich der war eigentlich so nice boah damit werden gleich schön ein paar ähm donuts gedreht und schön geballert kommen so du kannst ihn jetzt mitnehmen oh was ist denn hat sie wieder ähm im business termin musst du wieder hustlen ähm miss ich muss doch was abholen bis gleich ja ok da ist sie weg leute ich würde sagen ähm ah nein ich muss ja noch ähm von zu hause ah nein ich wollte nach hause fehlt eigentlich brauche noch die ähm wrench um das auto überhaupt ähm zu bewegen also halt einmal mitnehmen und so da bauen wir hier die wrench und dann geht das Leute hier zack nice mit endlich geilen sport wagen leute oh ui 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 linderschau ich weiß gar nicht ob ich jetzt ein krasserer wagen hat als sie oder ob das der krasser der krasseste wagen ist ach keine ahnung leute wir haben jetzt ähm den hier ah hier äh mein kennzeichen äh ui ähm sonderzeichen hier warum gibt es kein doppelpunkt hier ui ähm ähm scale okay äh skelett b skelly ok dann haben wir so ein kennzeichen und zack äh und zack da ist er ui ui Leute ich hab jetzt bock mit dem zu ballern ich hab bock jetzt mit dem einfach zu ballern hier zack wie gelockt ah jetzt ist er anlockt okay warte ähm warum fährst du nicht oder ist er kein ist er ernsthaft nicht äh aufgeladen ok dann müssen wir wie viel ist hier noch elf ah helfe helfe warte ich hier nehmen wir das das so und dann bauen wir den kanister hier zack ähm ja und dann nehme ich hier den wagen zack zack so und zack 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 ich würd sagen das reicht erstmal für den Anfang ich möchte ja jetzt keine so kilometerlange fahrt machen einfach kurz ein bisschen ballern und genießen Leute, hier rein da und oh, Leute Leute, genießt den Sound Och geil Schön auf Begrenzer fahren Leute, der geht schon geht schon gut ab, würde ich sagen oder? Hier Ja, der geht safe ab Da kam bestimmt noch irgendwie so ein Turbo Nitro guckt, der kommt auch durch Was ist passiert Ernsthaft Bei meinem Glück Ich gewinne ein Auto und es fliegt in die Luft Ernsthaft Das ist mein Glück, Leute Ich hasse Leute, ich muss die Folge beenden So ist passiert noch viel mehr Pech Wenn wir uns sagen, dass wir es mit der Folge Wenn wir zu fahren, dann lasst euch einen Like und gerne weiter wenn ihr euch mit der Zubau zusammen mitnehmen zu sehen, ciao Leute Peter toh Ciao That part A and